hallo und willkommen zur dreißigsten folge von kraut und rüber und videospiele ja heute möchte mich ein bisschen an der achten folge orientieren ich weiß ist schon ein bisschen länger her aber auf jeden fall hatte ich damals das thema im gewalt in frühen video spielen und im jahr da möchte ich heute so ein bisschen drauf aufbauen und ich habe ja damals unter anderem auch die spiele forbidden forest oder auch halloween für das atari 2600 besprochen und die spiele waren für frühe 80er verhältnisse grafisch eigentlich schon sehr sehr gewalttätig waren allerdings thematisch halt sehr nett also in forbidden forest ranz man ja durch diesen wald und musste sich eben gegen welche monster und dämonen zur wehr setzen während man bei halloween halt die rolle einer babysitter obernahm und die kinder halt von einem massenmörder beschützen musste also thematisch schon ganz klar kämpft man auf der seite des guten in der heutigen folge möchte mich erneut frühen 80er jahre spielen widmen die auch recht gewalttätig waren für die damalige zeit aber zeitweise selbst für heutige verhältnisse thematisch noch sehr sehr heftig sind und die auch phasenweise nicht zu unrecht damals kontrovers diskutiert wurden und im jahr beginnen möchte ich mit castas revenge das 1982 für den atari oder das atari ist meine ich auch egal für den atari 2600 erschienen der castas revenge erschien 1982 für das atari 2600 und gehört auch zu den frühen video und computerspielen die damals kontrovers diskutiert wurden ja ich bin als hier dieser typ mit dem blauen hut und dem erigierten penis eben general casta und der ziel des spiels ist es jetzt ich muss mich jetzt halt zu dieser jahnerin da durchkämpfen die da an den martag fall da gebunden ist und diese vergewaltigen dafür gibt es dann punkte ja das ist kein scherz es ist tatsächlich sinn des spiels dass ich diese angebotene frau da hinten da wirklich da vergewaltigen muss und dafür gibt es dann eben punkte und im jahr normalerweise ich meine es ist auch ungeachtet von der wirklich unangenehmen thematik ist das spiel spielerisch auch sehr sehr mäßig und normalerweise wäre das spiel wahrscheinlich im lauf der jahre auch wirklich vergessen hat geraten dies war nicht auch verdient gewesen wäre meiner ansicht nach man spielt ziemlich schlecht aber damals gab es auf jeden fall ähnliche frauenverbände die das spiel an wirklich auch in die öffentlichkeit gezerrt haben um sich halt eben über sexismus im videospiel aufzuregen ich meine es ist verständlich der inhalt ist nun mal hier wirklich eine frau zu vergewaltigen und ja problematisch an der sache war halt nur dass das spiel dadurch wirklich enormen popularitätsschub bekam dadurch dann wirklich erst mal bekannt wurde und das ist eigentlich sehr schade weil dadurch bekam das spiel hat wirklich ein bekanntheitsgrad den es meiner ansicht nach auch nicht verdient hätte selbst atari hat dann später gegen mystique geklagt die das spiel eben auf den markt brachten weil dem auch so ein bisschen angst um den ruf ihrer videospielkonsole hatten unterlagen aber vor gericht so dass das spiel dann eben auch weiter frei verkauft werden durfte und ja gut 1983 war dann der videospielcrash und mystique ging dann auch pleite was ich jetzt auch nicht so schlimm finde aber interessant ist dass das komplette software angebot von mystique dann an die firma play around ging die castas revenge dann nochmal unter dem namen general retreat rausbrachten diesmal allerdings mit vertauschten rollen ja gut diesmal nimmt der spieler halt die rolle der indianerin muss statt sperren eben kanonenkugeln ausweichen und nun general caster vergewaltigen ansonsten ist es eigentlich das gleiche spiel geblieben ist immer noch relativ unspielbar erstaunlicher weise hat das spiel zu keinen kontroversen geführt also sexuelle gewalt gegenüber männern war dann gesellschaftlich wohl doch ein bisschen anerkannt als umgekehrt und ja gut soviel zum thema doppelmoral damit möchte ich das thema general caster beziehungsweise general retreat jetzt auch abschließen und mich dem nächsten spiel widmen so ja gut wir dem intro wahrscheinlich schon entnehmen können behandelt auch loverboy auch wie castas revenge das thema der vergewaltigung allerdings übernimmt man nicht wenn man dem intro vielleicht entnehmen könnte die rolle des polizisten und vergewaltiger zu fangen sondern und das nackte männchen über der vergewaltiger den über dem jetzt eben ich und sinne spiel ist es in diesem labyrinth eben die frauen einzufangen und eben zu vergewaltigen ich habe eine wenn man eine gefangen hat man hat mir kommt man diese kurze zwischen sequenz und muss ihre rüttmischen los die grütteln und wenn man das erfolgreich macht verliebt sich die frauen ein und man kann sich die nächste schnappen und ja ich habe kassel mensch bereits kritisiert wegen der wirklich unangenehmen vergewaltigungs thematik und loverboy setzt da meine ansicht nach wirklich noch einen drauf ich weiß jetzt nicht ob die entwickler für eine ob die entwickler diese vergewaltigungsthematik damit so ein bisschen bagatellisieren wollten oder ob sie jetzt wirklich der meinung war eine frau wird es genießen wenn sie würde wenn sie vergewaltigt wird solange der vergewaltiger nur gut ist ich persönlich finde den aspekt eigentlich noch widerwärtiger als bei castas revenge weil ja einfach ein bild vermittelt wird dass es eine frau eigentlich gut findet vergewaltigt zu werden solange sie denn gut vergewaltigt wird um es jetzt mal zynisch auszudrücken ähm loverboy ist allerdings historisch insofern interessant also jetzt nicht spielhistorisch es ist halt ein billiger pac-man klon mit einer widerwärtigen aussage ähm es ist aber historisch insofern interessant weil loverboy damals ausschlaggebend war dass ich hier in deutschland die automaten selbstkontrolle gründete und ähm also vorher war das ja wirklich so dass spielhallen eben auch für jugendliche leute häufig zugänglich gemacht wurden weil ähm man videospiele damals und auch arkadehallen damals in erster linie mit sachen wie donkey kong oder pac-man verbindung brachte und ähm ja loverboy war dann so das erste spiel wo man dann wirklich merkte dass ähm videospiele auch durchaus üble inhalte haben können und daraufhin gründete sich dann wirklich die automaten selbstkontrolle dessen also die sind heute dafür zuständig spielhallen titel und auch geldspielautomaten auf ihre alters freigabe zu überprüfen und können spiele gegebenenfalls auch aus dem parker ziehen beziehungsweise anträge stellen und ähm ja auf jeden fall deren ersten die erste amtshandlung von der automaten selbstkontrolle war damals wirklich in deutschland alle loverboy automat und platin aufzukaufen und diese dann wirklich in einer großaktion komplett zu vernichten ja und diese aktion ist dann damals auch tatsächlich sehr sehr erfolgreich gewesen also loverboy galt tatsächlich über zwei drei jahrzehnte wirklich als verschollen also es gab auch zeiten wo man loverboy wirklich einfach für eine urbane legende hielt man glaubte nicht mal dass dieses spiel existierte drei oder vier jahren ist dann wirklich zufällig noch eine platine aufgetaucht um das spiel irgendwie zu archivieren ja ob das jetzt wirklich eine gute sache ist sowas wie loverboy nochmal für die nachwelt festzuhalten lässt sich sicherlich sowas streiten aber ähm ja ich hab's jetzt halt wirklich eine sendung genommen weil es halt um das thema kontroversen in alten videospielen geht aber gut damit habe ich meine chronistenpflicht jetzt erfüllt ich hab jetzt auch keinen bock mit dem munc länger anzutun und geh raus aber haken wir das thema sex jetzt ab und kommen zurück zur grafischen gewalt die nicht auf sexuellen missbrauch basiert und im jahr ich habe in der achten folge ja auch schon deathrace vorgestellt was 1975 in die spielhallen kam und auch damals schon für ziemliche kontroversen sorgte nach heutigen maßstäben natürlich schon sehr niedlich damals konnte man durchaus noch damit schocken auf jeden fall hat exedy die gleiche firma die auch deathrace veröffentlichte 1986 dann schiller in die arkadehallen gebracht ja gut ihr seht es halt schon schiller geht halt schon in die richtung so horrorspiel ironischerweise steht hier am anfang best monster killers das ist insofern sehr seltsam in anbetracht dass man eher weniger auf monster schießt sondern eigentlich die ganze zeit nur auf menschen die angekettet sind und sich eigentlich nicht mal wehren können ja ich erwähnte bereits schiller ist inhaltlich sehr fragwürdig aber ich starte jetzt mal so das spiel ist insgesamt in vier levels unterteilt einmal die folterkammer damit fangen wir an dann der rick room ich weiß leider nicht was es heißt hallway klar ist diese eingangshalle und der friedhof ich starte so ja da oben hier seht ihr erstmal diesen monstermeter der steht auf 40 das heißt ich muss jetzt 40 trefferpunkte machen keine ahnung warum das monstermeter heißt trefferpunkte erreiche ich nämlich so ja es ist kein scherz sinn des spiels ist wirklich die figuren die angekettet sind in möglichst kleine stücke in möglichst viele stücke zu schießen hier ist eine guillotine da kann ich auch die frau da unten guillotinieren zack und eben hier ist noch so ein foltergerät das kann ich auch runter machen schiller gehört zu den sachen die selbst nach heutigen maßstäben milde gesagt mehr als fragwürdig sind und ja also ihr seht gerade es gibt noch keiner dagegen mehr von den figuren weil die logischerweise auch alle angekettet sind und sich da nicht werden können war level 1 geschafft und ja der einzige feind im spiel den ich eigentlich habe ist ist die zeit also ich habe in jedem level halt so eine bestimmte zeit die punkte zahl zu erreichen und wenn ich das schaff so wie jetzt geht es halt dann zum nächsten level wo ich als dann weiter auf bärlose menschen schießen darf erstaunlicherweise ist das spiel damals übrigens keine großartige kontroverse geworden als es erschien und den kann ich übrigens hier in die lava schmeißen wo auch von dem monst von dem krokodil da oder was auch immer das ist gefressen wird die grafik ist nämlich auch nicht sehr tolle drogerweise ist das spiel damals keine großartige kontroverse geworden was einfach daran liegt dass das spiel immens floppte als die meisten video spielhallen besitzer haben sich damals schlichtweg wirklich geweigert das spiel zu kaufen und ihre spielhallen zu stellen wodurch das spiel eben auch relativ unbekannt und auch relativ wenig verbreitet war was ich meine sitze gerade selber was ich persönlich jetzt auch nicht für den weltgrößten verlust halte ja abgesehen davon dass die grafik als recht mäßig ist und selbst damals eigentlich schon bessere fadenkreuzschluter gab das spiel ist thematisch und inhaltlich nicht mal mehr nur fragwürdig also ich muss ich mag das vielleicht ein bisschen moralisieren klingen aber ich finde es ehrlich gesagt nur noch scheiße und ja gut damit wäre schiller dann auch abgeharrt chronistenpflicht ist erfüllt und ich gehe weiter zum nächsten spiel eines der populärsten horror franchises in den 80er jahren war die freitag dreizeh der serie die 1980 startete na gut auf jeden fall war damals der erste teil von freitag dreizeh wirklich erfolgreich genug so dass man allein in 80er jahren insgesamt sieben fortsetzungen drehte nun ja wie das mit erfolgreichen filmserien meistens so ist gab es natürlich auch die ethischen videospiel und computerspiel versofftungen unter anderem auch für den commodore 64 die ich mir gleich mal näher ansehen werde und er muss ja selbst gestehen ich bin ziemlicher fan der freitag dreizeh der filme aber bei aller liebe muss man wirklich eingestehen dass die filme handlungstechnisch meistens eher dünn waren und sich die spannung der filme in erster linie wirklich aus schock und gewalteffekten zog also eigentlich auch ähnlich wie das spiel für den commodore 64 und da muss man fairerweise gestehen das macht das spiel eigentlich wirklich gut weil auch wenn ich das spiel zum gewissen gerade mag ebenso auch wie die filme vielmehr als schockeffekte und schockeffekte bietet das spiel dann eigentlich auch nicht aber ich klicke jetzt auch direkt los ja gut hier sind jetzt so die fünf hauptcharaktere des spiels gary king brian bone amanda baxter wendy watson und stu palmer den spiel ich halt im laufe des spiels ich kann mir jetzt eigentlich keine figur aussuchen sondern kriegt direkt eine zugeteilt und das spiel startet im ersten level direkt mit gary king so bei jeder figur wird am anfang so eine kurze biografie gezeigt jetzt gary king gary zum beispiel hat so einen geschmack für abenteuer und wird jetzt allerdings auch nie wie jemanden zurückstoßen der irgendwie hilfe benötigt oder sowas ist halt der geborene anführer und benutzt hat so seine kombination aus stärke und intelligenz relativ erfolgreich allerdings hat er wohl auch eine geheime schwäche und das ist für das spiel eigentlich auch vollkommen irrelevant also ich habe seine weile gespielt und ich hatte nicht das gefühl dass irgendeine figur sich von einer unterscheidet also die biografie ist in erster linie einfach eine nette spielerei oder vielleicht wird er einfach versuchte spieltiefe vorzutäuschen die nicht da ist aber ist egal ich starte jetzt ja gut sinn des spiels ist jetzt ich fände diesen camp rum also ich fange in dieser kirche an weiß zwar jetzt nicht warum das camp eine kirche hat ist mir aber auch egal ja man muss jetzt halt hier meine ganzen kollegen beschützen also hier seht ihr halt die anderen camper rumlaufen und rechts ist auch die anzeige wie viele kämpfer noch leben oder recht die axt ist so die beste waffe die man kriegen kann auf jeden fall muss ich jetzt jason finden bevor jason halt die ganzen camper umbringt und dann eben jason umbringen also in einem zweikampf vielleicht bringt er mich auch um aber jason ist relativ leicht zu besiegen also da sollte es keine probleme geben ja ihr seht es ja schon direkt freitag 13 ist selbst für so ein 1985er spiel auf dem c65 grafisch sehr sehr schwach und also der grund warum das spiel damals relativ bekannt wurde ist einfach weil das ding teilweise sehr sehr relativ harte schockeffekte hat für so ein altes spiel also immer wenn jason einen camper umbringt wird das durch so einen markt erschütternden schrei wirklich auch dargestellt wenn er denn mal jemanden umbringt ist er das achso jason kann sich übrigens auch tarn und die identität der anderen figuren annehmen das konnte im film jetzt nicht unbedingt aber wahrscheinlich wäre das spiel auch ein tacken zu leicht geworden aber da ist er wenn man ihn sofort erkennen würde auch miste da ist er das da ist er ja wohl aber dann kommt nicht viel gegen mehr na komm so ich habe gesicht ja das war nicht mit dem schrei und der schrei erzündet auch immer wenn jason gerade ein camper umgebracht hat ja das kommt teilweise schon recht erschreckend jetzt steuer ich wenn die wortzen ja wenn die ist ein schüchternes mädchen das sind sich im leben generell also das ganze leben generell sehr anstrengend findet sie ist halt immer ein bisschen depressiv und hat deshalb ihren nick namen waterwalk wenn die bekommen also waterwalk klar wasserwerk wenn die war so oft mal ständig holz und auf jeden fall wird sie von den eltern zum camp geschickt damit sie halt leute kennen lernt und wendy watson muss jetzt halt jason finden und platthauen irgendwie ist jason heute ein bisschen träge also normalerweise ist er eigentlich schneller dabei die ganzen camper platt zu machen ja gut dass das messer das ist ziemlich schwach ist aber erstmal besser als gar nichts ich suche jetzt erst mal eine anständige waffe was ziemlich schockierend war bei freidag 13 dass teilweise recht willkürlich irgendwelche shop bilder eingeblendet werden dazu eben auch mit diesem sehr sehr harten schrei und also da muss ich gestehen dieser shop effekt funktioniert selbst heute noch weil die eben auch wirklich sehr sehr unvorbereitet kommen nutzen die sich auch nicht so schnell ab ja ich würde jetzt gerne zeigen wie jason ein paar camp abdaten macht aber irgendwie sind gerade etwas träge hallo jason da ist die axt sehr schön ich kann die kämpfer uns auch tot haben wenn ich zu oft auf die einschlage deshalb sollte man da ein bisschen vorsichtiger sein wer von euch ist jason also eben ist jason heute auch sehr träge normalerweise ist er eigentlich aggressiver und macht mehrere camper direkt platt irgendwie scheint etwas schläfrig zu sein oh ja hier ist das kreuz das kreuz hat jetzt ist keine wirkliche waffe wenn ich das kreuz irgendwo hinstelle versammeln sich die camper irgendwann in dieser umgebung und jason kann eben den raum mit dem kreuz nicht betreten das ist so der einzige grund der das kreuz hat ja ich wollte es nochmal erklären also eigentlich ist es ein relativ unnützes gimmick ich würde mich freuen wenn wir jetzt mal hier irgendwie ein bisschen aktion treten würde ich würde mich ganz gerne mal zeigen wenn jason die leute platz haupt aber irgendwie ist er heute etwas träge hallo und ist gabeln ok jason hat irgendjemand platt gemacht ihr seht jetzt da unten den grabstein also ein kämpfer ist weg da ich aber keine ahnung habe wo jason ist wie gesagt es können auch jederzeit schockbilder kommen die also wirklich überraschend kommen apropos schockbilder ich weiß jetzt nicht ob jetzt zuschauer bock drauf habt so willkürlich irgendwelche schockbilder zu bekommen deshalb habe ich eine nachbearbeitung so kleinen counter eingebaut kurz bevor die schockbilder kommen ich habe diese warnung allerdings nicht ich will jason jetzt noch einmal platz hauen hat den nächsten gekillt ja gut wo ist er ok jetzt habe ich mich erschreckt ok jason ist irgendwo hier sein ist eine frische leiche das meinte ich mit den schockbildern ich habe den kämpfer umgebracht ok der muss ja irgendwo rum rennen boah ernsthaft jetzt habe ich mich echt erschreckt bei dem bild ist er das hallo bis zu jason ne ist er nicht doch mit dem verloren zu den mehr und raus ok ja wie ich bereits sagte die schock effekte funktionieren meiner an sich nach immer noch sehr gut mein gott ist das denn jetzt kinders ja gut also generell habt das ganze spiel jetzt eigentlich gesehen also vielmehr passiert auch nicht es gibt auch kein ende oder sowas wenn man mein gott wenn man einmal mit allen figuren durch ist geht es eigentlich immer wieder von vorne los deshalb es gibt es wird auch nicht schwere da ist er jawohl komm komm putt 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 zack 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 mann wo ist er also manchmal wehrt er sich auch weil irgendwie ist er heute ah da hab ich schon das einmal getroffen ja gut jason ist besiegt und deshalb breche ich das video jetzt auch ab na gut nach friday the 13 möchte ich mir jetzt auch dem letzten spiel für die heutige sendung widmen nämlich infernal runner ja gut ihr seht es jetzt auch schon am intro an dieser blutunterlaufenden infernal runner schrift ja ein ferner runner ist für so ein frühes c65 spiel von 1985 erstaunlich blutig und ja das ist auch glaube ich auch einen der grunde gewesen warum entferne runner überhaupt einen gewissen bekanntheitsgrad hatte spielerisch gesehen ist es in meiner ansicht nach netter plattformer aber eben auch weit davon entfernt gut zu sein ich starte jetzt einfach ja gut ihr seht schon grafisch ist das spiel für 85er verhältnisse auf dem c64 ja auch schon eher unterdurchschnittlich als wird jetzt nicht richtig schlecht nennen aber gut geht eben anders aber ich muss sagen ich mag den soundtrack auch wenn das jetzt nur so eine 30 sekunden melodie ist die sich auch ständig wiederholt finde ich die wirklich sehr aufpeitschend also doch gefällt mir eigentlich ja ziele spielt ist es ich muss jetzt in diesem riesen labyrinth insgesamt fünf schlüssel finden und mit diesen schlüsseln zehn kisten öffnen also mit jedem schlüssel kann ich zwei kisten öffnen ja danach kann ich dieses labyrinth verlassen ihr seht übrigens unten meine power leiste das ist jetzt keine lebensenergie also schon lebensenergie aber das ist so meine hunger leiste das heißt ich muss auch regelmäßig essen um die ein bisschen aufzufüllen habe ich jetzt gerade getan und ähm ja wenn die halt irgendwann auch leer ist verliere ich halt ein leben also es gibt bei infernal runner wirklich ähnliche möglichkeiten sein leben zu verlieren auf recht blutige weise aber ähm ja das werdet ihr im lauf des spiels sehen ihr seht ja unten links diese wands sollte es geschafft haben alle kisten zu öffnen boah das war knapp hopp kann ich dadurch später dieses labyrinth verlassen so hier ist jetzt gleich so einer der ersten richtig bösen fallen ich weiß eigentlich wie man so umgeht aber ich will es jetzt einmal zeigen damit ihr auch so ein bisschen ein gefühl für den äh gewaltperil des spiels bekommt hier ist der schlüssel jetzt will ich die kiste öffnen und zack stachelwand ihr seht die treppe geht nicht mehr und platsch ja wie gesagt nach heutigen maßstäben ist das natürlich schon sehr sehr niedlich aber für so ein frühes spiel von 85 war das wirklich sehr sehr blutig auch wenn die grafik natürlich schon sehr sehr spartanisch wird Das ist jetzt ein freileben dass sie jetzt freileben dass sie jetzt nicht freileben so die kiste nämlich später mit die ist nämlich eigentlich sehr leicht zu bekommen deshalb habe ich mir schluss jetzt erst mal für die schweren kisten auf und komme ich später noch mal zurück hier muss ich uns aufpassen ich darf hier nicht den boden und gleichzeitig sind starb da berühren uns werde ich nämlich elektrisiert hier muss ich mit ein bisschen timing dran springen habe ich nicht immer das ist auch eine sehr schöne falle mit diesem fall schallwellen da unten zeigt ja auch mal einmal die todesszene übrigens ich werde das spiel auch durchspielen also keine angst ich werde jetzt nicht direkt alle leben verheizen aber ich möchte auch ein bisschen die gewalt des spiels präsentieren soll jetzt die plattform weg mit hier runterfalle wächst der kopf ihr seht es gerade und bot ja ich muss sagen wo ich entferne oder damals gespielt habe ich gehörte auch zu den leuten die das spiel selbst ganz okay fanden aber ich mag auch plattform spiele aber ich glaube der einzige grund warum ich das wirklich so intensiv gespielt habe war halt wirklich weil ich eben sehen wollte wie die ganzen todes animation aussehen muss auch bestehen ich habe dann irgendwann später mehr oder weniger durch zufall herausgefunden wie das spiel überhaupt funktioniert so nächste kiste ich habe jetzt nicht mitgezählt aber ich kenne den weg recht sicher das fragezeichen hier oder was das ist das sind halt nur punkte jetzt gehe ich schon mal langsam richtung aufzug die kiste nämlich später mit ich hole mir immer erst mal die kisten die ein bisschen schwerer zu erreichen sind ob sagt es geschafft weil ich muss jetzt gleich zum dachgeschoss das ist ein ganz schönes ganz schönes stück bis dahin vor allem weil auch die ganze stelle mit dem lift ein bisschen nervig ist deshalb möchte ich jetzt nicht direkt meine ganze schüsse verbrauchen dann komme ich später doch mal zurück hier ist eine kiste öffnen nächstes schlüssel ja die macher des spiels das waren zwei franzosen die haben auch außer entfernen waren danach nichts mehr gemacht jetzt korte und michael ich kann die namen nicht aussprechen also ich kann französische namen noch schlechter aussprechen als englische namen auf jeden fall haben die außer entfernen waren dann nichts mehr gemacht auf dem c64 also ich glaube generell auch nichts mehr ich muss bei auch wenn ich das spiel mag ich muss halt auch zugeben es waren keine sonderlich guten programmierer also spiel ist voll mit bugs ihr seht ja gerade ich mir fehlt hier gerade so ein stück vom kopf das ist ein sprite fehler und auch die kollisionsabfrage ist teilweise ein bisschen sehr sehr ungenau also ich kann auch teilweise durch wände springen oder fallen ja ist alles sehr sehr unausgereift und sprung ach mist ja ok ich hätte eigentlich darüber springen müssen ja gut hoch kommt man hier nicht mehr jetzt zumindest nie geschafft und der weitere von den zahlreichen todesarten na gut jetzt der lift weg super jetzt muss ich warten ja das ist ein punkt den finde ich gerade diese ganze aufzucht stelle im spiel finde ich ein bisschen nervtötend weil der aufzug wirklich lang und wirklich langsam ist man muss hier echt ganz schön lange warten bis der jetzt wirklich mal wieder runter kommt unten andere möglichkeit zu hoch zu kommen habe ich leider nicht mehr aber den zahlen zurück also ich finde ihn sehr schick also auch sehr oft peitschend ich mag auch wenn er sich eben wirklich sehr oft wiederholt schlüsse mitnehmen ich hoffe ich schaffe den sprung jetzt und hopp so kurz und hier hoch da unten ist übrigens ein freileben na gut ich habe genug leben das werde ich ne ich nehm es doch mit sicher sicher es dauert dann zwar ein kleines stückchen länger aber es ist glaube ich verkraftet ich meine schöne an infernal runner ist auch wenn es recht blutig ist ich meine ihr habt ja vorher bereits schiller oder loverboy gesehen die jetzt thematisch und auch von der grafischen gewalt doch sehr sehr hart waren dann fällt mir in ferner persönlich besser ich meine es ist zwar auch sehr blutig ich meine ich persönlich mag ja auch so was davon abgesehen aber im gegensatz zu den anderen bereits genannten spielen finde ich das thematisch einfach sehr leichter verdaulich ich meine in erster Linie muss man hier halt überleben und aus diesem labyrinth entkommen und ähm ja nicht wie im falle von schiller oder loverboy frauen vergewaltigen oder ähm ja auf irgendwelche wehrlosen menschen schießen oder foltern also ich finde das in ferner runner also ich mag das spiel eigentlich ja und auch auf die gefahr hin jetzt ein bisschen moralisieren zu wirken aber ähm schiller und loverboy fand ich auch thematisch wirklich sehr sehr unangenehm ich bin zwar generell gegen zensur aber bei den sachen konnte ich so diese kontroversen schon ein bisschen verstehen so der schalter ist ein teleporter ob ich bin ich wieder hier ich lasse mich mal verbrennen dann seht ihr das auch ich habe noch leben bin recht sicher jetzt mich hier unten hier war noch eine kiste irgendwo hier ist eine runter hier war auch noch irgendwo eine kiste da unten da muss ich hier lang da sollte ich nicht reinfallen der raum ist richtig schwer also da falle ich dann teilweise auch echt viele leben also bei dem sprung da unten gerade habe ich immer so ein bisschen angst da ist übrigens der bohrer ich glaube den zeige ich jetzt auch mal wie gesagt für so ein 83er spiel gar nicht so unblutig das war die letzte kiste jetzt kann ich ja raus ob ob so und runter nicht da reinfallen und raus hier ihr seht ihr seht die tür da unten ist jetzt auf jetzt kann ich flüchten und habe das spiel angeschafft ja gut damit geht auch die diesmalige folge zu ende ich hoffe es hat euch wieder gefallen und ich sag mal tschüss bis zur nächsten folge